Willkommen zu diesem Tutorial. Heute geht es darum, wie ihr unter Zuhilfenahme von Soundfonts eure MIDI-Dateien richtig konvertiert. Und um erstmal zu klären, was Soundfonts sind, werde ich euch erstmal einen kleinen Hörtest durchlaufen lassen. So, das hier war jetzt ohne Soundfonts und jetzt hören wir uns das Ganze doch mal mit einem Soundfont an. So, wie ihr sicherlich hören konntet, der Unterschied war schon ziemlich auffällig. Und Soundfonts geben euren MIDI-Dateien im Prinzip andere Informationen, d.h. damit könnt ihr das Klangbild beeinflussen. Der Standard-MIDI-Synthesizer unter Windows klingt nun leider nicht so toll und damit könnt ihr da noch einiges herauskitzeln. So, und hierfür gibt es eine Freeware, nennt sich Coolsoft Virtual MIDI-Synth, keine Sorge, alles frei. Damit könnt ihr solche Soundfonts eben einstellen. So, wie aber konvertiere ich jetzt das Ganze, also mit dem Soundfont, dass ich praktisch aus der MIDI-Datei dann was Brauchbares rausbekomme und praktisch darauf verzichten kann, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass diejenigen, die das Spiel spielen, auch Soundfonts dann installiert haben und das alles gleich toll klingt. Aber als Entwickler kann man sich natürlich diese Soundfonts zunutze machen und direkt mit einem Soundfont in ein anderes Format konvertieren, sodass man praktisch das schöne Klangbild immer beibehält und dass vom User dann nichts mehr beeinflusst wird. Mit Soundfonts kann man auch zum Beispiel im Prinzip eine gewisse Atmosphäre aufbauen im Spiel, dass sich bestimmte Klänge immer recht ähnlich anhören. Das verleiht Spielen einfach einen gewissen Charakter. Wenn ihr so an typische Super-Nintendo-Spiele denkt, die haben schon ein sehr eigenes Klangbild oft, was sie aber auch auszeichnet. So, nun aber dazu, wie nehme ich das Ganze auf? Ich ziehe mal kurz das hier rüber. Das ist mein Bandicam-Fenster. Bandicam gibt es auch in einer kostenlosen Variante und die dürfte hier auch völlig ausreichen. Da hat man nur ein Wasserzeichen und 10 Minuten Aufnahmelimit. Das sollte aber kein großes Problem darstellen, denke ich mal. Auf jeden Fall könnt ihr damit arbeiten, denn ihr braucht eigentlich nur eine Tonspur. Das bedeutet, ihr könnt hier unter Einstellungen einstellen bei Bandicam, dass der Ton in einer extra Wave-Datei abgespeichert wird, was sich auch anbietet. Das würde ich so machen, definitiv. Ist sehr sinnvoll. So, dann kriegt ihr auch eine WAV-Datei heraus. Das heißt, ihr startet hier einfach diese MIDI-Datei. Okay, einen Moment. Das dauert immer ein bisschen. Bei Soundphones dauert das ein bisschen länger, bis das initialisiert wird. Aber keine Sorge. So, ihr könntet jetzt bei der Suchleistung einfach zurückgehen und dann parallel, während ihr Play drückt, aufnehmen und sobald das Ganze zu Ende ist, einfach stoppen. Und könnt das später dann auch in einem entsprechenden Programm wie Audacity oder Audition nochmal verarbeiten, wenn ihr wollt. Also nochmal für saubere Loops oder ähnliches. Es ist sonst etwas schwer, eventuell zu erwischen. Auf jeden Fall könnt ihr das hier einfach mit Bandicam aufzeichnen und dann habt ihr eine WAV-Datei. Und hierfür habe ich euch noch eine nette Badge-Datei geschrieben. Denn wie ihr wisst, WAVs sind sehr groß. Man sollte WAVs bestenfalls noch für Sounds benutzen. Bei den alten Makern gibt es ja Möglichkeiten, dass man auch noch OGGs oder MP3s verwenden kann mit entsprechenden Patchs, was ich euch auch rate. Gerade OGG ist nochmal qualitativ ein Stück besser und auch ein ziemlicher Standard, wenn es darum geht, Spiele zu entwickeln. Zum Beispiel bei Unity ist es eines der Standardformate. Und auch bei HTML5 Games werden OGGs im Normalfall einfach akzeptiert. Das heißt, es ist ein Format, worauf man gerne setzen kann. So, wie ihr jetzt hier nochmal hören könnt, das ist eine Aufzeichnung, wo ich praktisch meinen Soundfond drin habe. Aber ihr seht, das ist ja eigentlich die WAV-Datei. Und selbst wenn ich jetzt hier den Soundfond umstellen würde, würde das natürlich keinen Einfluss darauf haben. Denn das ist einfach nur eine fertige Datei, die ja nicht wie MIDI hier beeinflusst wird. Das ist ja kein Synthesizer, der hier wirkt. So, und die könnt ihr jetzt einfach, je nachdem, was ihr wollt, entweder hier drauf ziehen oder hier drauf. Jetzt will ich zum Beispiel eine OGG. Dann seht ihr, öffnet sich so ein kleines Fenster. Die Batch-Datei findet ihr hier zum Download. Hier ist gerade ein Button eingeblendet. Da könnt ihr euch die ganz bequem holen. Ebenso hier nochmal ein Button für den Virtual MIDI-Synth. Okay, gut. Auch die OGG können wir uns anhören. Die müsste dann auch recht identisch klingen. Genau, aber was ihr seht, im Vergleich hier 2,66 MB und hier 15,8. Also der Unterschied ist merklich. Und mit OGG macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Wer jetzt natürlich nicht den passenden Patch drinnen hat, kann natürlich auch auf die MP3 zurückgreifen. Gerade beim 2K3 zum Beispiel. Oder ihr wollt Midis benutzen bei RPG Maker XP oder beim VXA zum Beispiel, bietet sich das auch an, dann direkt auf OGG zu gehen. So, jetzt gehen wir erstmal noch weiter hier in dem Tutorial. Und zwar, wie ich hier dieses Coolsoft richtig einstelle. Zunächst mal, das Programm selbst wirkt nur, wenn hier auch der Coolsoft Virtual MIDI-Synth eingestellt ist. Das hier ist der Standard Microsoft Synthesizer, der wirklich nicht berauschend ist, wie ihr ja sicherlich wisst. Ansonsten habe ich hier selber noch ein MIDI-Interface. Das ist natürlich nicht bei jedem selbstverständlich. Das heißt, das könnte ich auch anderweitig ausgeben, aber das ist ja irrelevant. So, ansonsten kommen wir erstmal kurz zu den erweiterten Einstellungen. Hier könnt ihr eigentlich alles so lassen. Wenn ihr aber zum Beispiel 8-Bit-Musik haben wollt, das geht nämlich auch zum Beispiel mit einem NES-Sound-Font oder so, könntet ihr dem Stil sehr, sehr schön nachahmen. Dann würde ich euch raten, hier auch noch die Effekte zu deaktivieren und hier alles schön runterzustellen und auch 8-Bit-Rendering zu erzwingen. Aber nur in diesem Fall. Ansonsten lasst alles so, das ist qualitativ eigentlich am besten. Kommen wir nun kurz zu den Sound-Fonts. Das ist eigentlich relativ simpel. Hier steht es eigentlich auch schon in der Infobox. In der Checkbox aktiviert ein Sound-Font und die Sound-Fonts werden von oben nach unten geladen. Das heißt, bei mir ist jetzt dieser Fluid R3 Sound-Font derzeit aktiviert. Ich könnte natürlich auch jederzeit bequem einen anderen nehmen. Ihr seht, ich habe eine ganze Liste, wo verschiedene Sound-Fonts drinnen sind. Und da gibt es eben auch eine sehr schöne Auswahl. Wo ihr Sound-Fonts findet, das blende ich euch hier nochmal ein. Einfach draufgehen, da könnt ihr euch die ganz bequem runterladen. Der Fluid R3 ist so ein sehr, sehr schöner Font meiner Meinung nach. Aber es kommt auch auf euer Spiel an, was ihr am besten findet, was atmosphärisch gut passt. Das ist eben das Schöne. Ihr habt eine gute Wahl und könnt dann einfach frei wählen, wie hätte ich den Klang der MIDI am besten, wie gefällt er mir und wie unterstreicht er die Atmosphäre des Spiels am besten. Ist wirklich praktisch. Und mir ist aufgefallen, viele wissen gar nicht über die Möglichkeit des Sound-Fonts. Von daher hat sich dieses Tutorial natürlich an der Stelle auch sehr stark angeboten. Im Prinzip, ihr müsst ja nur einen Sound-Font aktivieren. MIDI-Datei abspielen, aufzeichnen. Einmal auf meine Batch-Datei ziehen und fertig ist es. Ihr könnt übrigens meine Batch-Datei mit x-beliebig vielen Dateien benutzen. Das heißt, ihr könnt hier auch mehrere per Drag & Drop draufziehen, was ganz praktisch ist, würde ich mal sagen. So, und im Prinzip war es das eigentlich auch schon. Ja, alles ist möglich mit Freeware und ich rate euch auch dazu. Denn ich hatte zum Beispiel bei Dark Sword lustigerweise meinen NES-Sound-Font eingestellt. Und wie ich schon sagte, das hat auf Maker Games auch direkt Einfluss. Das war dann stellenweise ziemlich lustig, wenn ihr auf einmal irgendwelche NES-Töne da drin hatte, weil da eben Midis und MP3s gemischt waren. Von daher bitte ich, sage ich mal, auch aus Spielersicht, dass die Entwickler doch darauf achten und ihre Dateien sauber konvertieren. Denn das lohnt sich auch definitiv. Ihr habt übrigens den Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch alles in OGG oder so habt, könnt ihr das Ganze später nochmal normalisieren, so dass ihr auch die Audio-Abmischung ein bisschen besser hinbekommt. Das ist auch so ein ganz großes Problem von vielen Entwicklern, dass ihr das nicht richtig hinbekommt. Und Midis haben oft eine ziemlich brutale Lautstärke drinnen. Von daher ist es auf jeden Fall nützlich, wenn ihr dann solche Formate habt, die man einfacher angleichen kann. So, das war es dann soweit. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Tutorial. Bis bald!